Musik Willkommen zu Monis magischen Adventszeit und Türchen Nummer 13. In diesem Türchen erzähle ich euch etwas über die Weihnachtsdeko hier im Disneyland Paris. Die muss ich aber tatsächlich ablesen. Sieben Kilometer gelandet in beiden Parks und auch auf den Weihnachtsbäumen sind hier überall verteilt. Und 11.604 Christmas-Ornamente hängen hier irgendwo. Müssen wir morgen mal nachzählen. Ich frage mich, wer die überhaupt gezählt hat, der Praktikant. 78 echte Weihnachtsbäume sind auch verteilt in beiden Parks. Und 37.000 Blumen werden innerhalb von vier Tagen gepflanzt. Das ist schon eine Menge. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020